das ist ja ja noch ging ja schon sagen fragt wir wollen treptors sind die hast du holz dabei juhu wir sind immer gut mit holz und so glaube ich aber oben ist alles mit auf der warte das kann ich die augen sonst die dich verhogen ist echt so gutes problem ist das war cool und dann tue ich den rest wenn ich auch voll das war jetzt ein wupsi ach gottchen da habe ich wohl gereiert so erst erstmal den netter weg machen ich gehe wieder in mein bettchen netter weg ist gruselig let's go let's go bettchen bettchen hüpft doch nicht das glaube ich dir hey schon wer baust du ne farm ja ich baue ne farm krasser scheiß was ich nicht weiß wird die frau gott du weißt schon wer um deine willen sage ich dir bescheid guck einfach nicht wieder in discord ok wenn du jetzt in discord reinguckst bist du selber schuld das ist ne höfliche nette warnung sag jetzt nix gegen hundis haus das ich noch nicht gesehen habe werde ich nicht aber guck es dir nicht an also er hat sich bestimmt mühe gegeben ok ich mein es sieht es sieht für so ein anfangshaus nicht kacke aus es könnte nur ruhig auf dem boden stehen ok stopp 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 er ist extra weiter weg von uns also alles ok egal wie es aussieht ich habe schmerzen fucky fucksack als ich mal vorbeigekommen bin da sah es auf jeden fall ganz gut aus aber er hat ja jetzt weiter gebaut ich gebe ihm einfach so rote keramik kannst du nicht dann seers crisprmm스트�erin dann kann er so feuer drunter machen dann sieht das aus wie eurer kete oh hast du helden bist du Harry Potter ich ja das nimmst du zurück nein also nur die frage achso ja die nimmst du zurück ok meinetwegen hässliche harry potter meinetwegen du hässliches stück scheiße ich meine natürlich unglaublich hässliches stück hat ja durch fucking hurenkind nein nein sorry aber nicht ich bin eine weiße und bin schon fast 15 was ich auch nicht spielt rob eigentlich auch terraria er hat aber spielst du nicht er ist er ist er minecraft krass halt nicht mag er terraria gar nicht für mich ist es halt minecraft in 2d moment ich habe dir gesagt er ist nicht er habe ich schon mal gespielt ja ich finde es grausig hast du warte okay aber ich mag warte dein argument moment 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 das ergibt keinen sinn weil abgesehen dass es die 2d grafik so schlimm dass ich gar nicht mehr damit machen möchte aber die ist voll gut ich dachte wir werden hier alles erwachsene kinder aber anscheinend anscheinend ich dachte es sind jetzt noch ein trio der nächste das war weggegangen holz zu holen da wollte er sich auf zigaretten kommt nicht wieder er holt sich holz und kommt nicht wieder warum würde er sich zigaretten holen er ist doch noch kein erwachsenes kind dann kann er die auf leute werfen von der autobahn mit steinen hast du das mal gemacht macht voll spaß habe ich tatsächlich nicht ich war ich natürlich auch man auch glas warten stinkt ja was nicht so glas in oder hast du schon rausgeholt in den öfen ist schon lang raus es brennt gerade noch was und ich hoffe das reicht du bist mein kraft um ich sagte mein kann mein gott da sind wir noch fünf huren blöcke vollgas man ach warum aber ist das mit dem wasser so doof ich habe eine idee du das alleine das nackt ja steht ihm schon der wiki ach so ja ich habe nun wasser gebaut alleine oh ja wohin mit meinen arsch backen schon mehr wir brauchen 188 treptors hätte ich dir vielleicht davon es hatte ein solzblock gebracht ich habe dein holz ist aber zehn und keine acht wisst du mich komplett verraten ihr werdet sterben meine freunde ich habe einen eimer milch bei mir meine freunde so ist hier so hoch sie ist so hoch und du nimmst am besten eine andere seite dass wir nicht die gleiche haben ich habe eh nicht genug stein nicht mal genügend annähernd ich baue noch nicht hoch ich hole mir erst mal stein und darauf eine milch und darauf ein stück tost kurz tost aus mayonaise es gibt so leute die halt klatsch ab oder mayonaise im endeffekt was ächsen könnten ja ich nenne die behinderte fettis ich nenne sie die echsen menschen machen die politik die machen sehr viel politik ja die machen politik die politik aus ihrem popo weiß nicht irgendwie es gibt auch neue es gibt so diese konversation ist so von wegen ketchup oder sanf und die meisten leute sagen halt dass wir behindert sind aber ich verstehe ich verstehe es nicht warum nicht beides im richtigen moment ja weiner freutberg und sanft zu würstchen du ekelst mich an aber aus anderen gründen deswegen bin ich da ganz bei dir warum muss man sich immer entscheiden warum nie beides ich bin dagegen warum nicht einfach polygamy ja habe ich schon mein ganzes leben lang doch jetzt ist es so weit ja aber die die priester wollen sich die kleinen jungs halt nicht teilen die sind ja zu religiös dafür wir müssen nicht teilen wir sind scheiße bis auf die tatsache dass ich jetzt nicht unbedingt kleine jungs brauchen aber ich finde priester brauchen die eigentlich auch nicht ja das ist halt so eine sucht diese armen priester diese armen sind einfach nur ich finde weißt du nur weil die kleinen jungen die dauernd verführen ja nein ich glaube diese armen priester sind einfach nur krank diese armen ja dann sowieso das sind religiöse rob was sagst du dazu ich weiß nicht fucking goddammit oh oh ach komm rob was ist das letzte spiel das nicht minecraft war das du gespielt hast minecraft warte 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 die sins nee nee der kommt jetzt mit landwirtschaft zu machen Alter Junge was sind sie von mir sind die Fergie leise in die Tränen könnte GTA 5 oder City Skylines gewesen sein Kitty sind es gewesen ok 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 den großen Spiele für große meinst du ich weiß nicht City Skylines ist irgendwie nix für mich ja aber du magst ja auch eher Dörfer du bräuchtest eigentlich eher Village Skylines habe ich den auf 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 Vielen Dank.